Ich gestehe, ich habe dem Kardinal das Siegel gebracht auf seine Anweisungen, viele stehen auf seiner Seite. Fort mit euch oder knüpft sie auf. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und gestern habe ich natürlich ganz heldenhaft mal wieder versäumt, rechtzeitig ein Video zu machen, deswegen kam gestern leider nix. Sorry. Jetzt aber genug davon, wir kommen zum Eingemachten des heutigen Videos und zwar spielen wir heute Reigns Her Majesty. Ein paar von euch werden sich noch daran erinnern, ich habe schon mal ein Spiel gespielt, was so ähnlich hieß, das hieß einfach nur Reigns. Und das war quasi so ein Herrschaftssimulator, wo man ein König war und Ja und Nein Entscheidungen treffen musste und man hat einfach nach links oder nach rechts gewischt wie bei Tinder. Und das ist jetzt quasi dasselbe Spiel, nur ist man jetzt kein König, sondern eine Königin. Ich weiß, ich sehe nicht wirklich aus wie eine Königin, aber das ist alles nur Teil meines starken Images, das ich vor dem Volk halten muss. Ich habe keine Ahnung, ich drücke auf Fortfahren. Ich hoffe, ich habe noch nichts kaputt gemacht, weil ich habe das Spiel schon mal gestartet, einfach um zu wissen, ob das wirklich dasselbe Spiel ist. Und da hat es mir heute weniger schon angefangen, ich habe aber noch keine Entscheidung getroffen. Ich bin gespannt. Euer Hof wartet, regiert mindestens fünf Jahre, das ist das erste Ziel. Okay. Nee, es ist alles wie vorher, das ist die allererste Karte. Das war eine großartige Hochzeit, wie fühlt es sich an, meine Königin zu sein? Ich bin niemandes Königin. Äh, wunderbar. Oder ich kenne euch nicht mal. Kannst du, kannst du aufhören, das zu machen, damit ich drauflegen kann? Ich kenne euch nicht mal. Es fühlt sich ganz toll an, also drücke ich hier drauf, ne? Wunderbar. Ach so, jetzt verschwindet es, ich muss da unten auf Fortfahren drücken eigentlich. Wunderbar, es fühlt sich so toll an. Es fühlt sich so toll an, deine Königin zu sein, König-Hankerton. Jawohl. Ihr werdet euch dran gewöhnen. War bei meiner Mama auch so. Und greifen, Laurencia, was auch immer, kann euch anleiten. Bis später. Okay. Ich freue mich. Diese Sprachausgabe ist immer noch klasse. Meine Güte, wie jung die neue Königin ist. Ich weiß, ich sehe nicht älter aus wie fünf. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mich Mutter nennen würdet. Was? Sollte ich fragen? Natürlich, greifen, Laurencia genügt völlig. Ich darf euch darin unterrichten, wie ihr das Leben bei Hofe abwägt. Ihr sollt fromm sein, aber flexibel. Volksnah, aber königlich. Mächtig, aber friedliebend. Vermögend, aber bescheiden. Genau, das sind diese Werte, die man hat, Religion, Volk, volkstechnische Beliebtheit, Militär und Geld. Und wenn eins von denen auf Null ist, dann hat man verloren in den meisten Fällen. Also muss ich die irgendwie in der Balance halten. Ich glaube auch, man hat auch verloren, wenn eins voll ist. Also muss man die irgendwie so im Mittelteil halten. Genau, das werde ich sein. Und da ist es voller geworden. Sie überlässt euch eure ersten Entscheidungen als Königin. Ich bin so gut wie erledigt. Mir ist das Geruch zu Ohren gekommen, ihr würdet insgesamt Frevel begehen und die Allmutter verehren. Stimmt das etwa? Die Allmutter. Habe ich noch nie von gehört. Wahrscheinlich steht ein Schrein von der in meinem Keller. Nein, tue ich nicht. Religion ist fast voll, das ist nicht gut. Endlich, die neue Königin. Lasst mich euch zeigen, wie tief ich mich verbeugen kann. Hier bitte seht. Stefanio, ey, das bin ich. Stefanio de Kroquil. Hammermäßig. Ich blicke gern zu Boden. Ich bin Stefanio de Kroquil, euer Hofkämmerer und Zeremonienmeister. Vielen Dank. Okay. Eine skandaldächtige Frau aus dem Osten erpresst mich und bedroht meinen guten Namen. Bitte zahlt, was sie fordert. Von Sir Waldomar. Warum sollte ich zahlen, was sie von dir fordert? Warum? Das macht keinen Sinn. Du bist ein Sir. Ein Sir hat Geld. Zahl es doch selber. Religion ist fast voll. Ich wollte eigentlich, dass es jetzt runter geht. Darauf habe ich gewettet. Es wäre Zeit, das Fest der Frühlingsfülle zu organisieren. Nun ja, das ist eure Aufgabe. Wenn ich jetzt auf Ja drücke, geht Religion wahrscheinlich voll und ich bin erledigt. Wenn es immer noch so ist, dass volle Religion das Ende bedeutet, bin ich dann erledigt. Nein, Religion geht runter. Die Stimme ist gar nicht nervig. Ein Bischof aus dem Süden hat sich hier im Gasthaus skandalös benommen. Könnt ihr damit den Kardinalen unter Druck setzen? Wenn ich auf Ja drücke, geht vielleicht Religion runter, was ich brauchen könnte, richtig? Die Jungfrau, Redmond ist... Oh, ist das laut. Fünf Jahre. Das habe ich erledigt. Okay. Eben hatte ich den Albtraum. Gott sei nicht real. Ich zittere. Sollen wir beten? Äh... Wenn ich das jetzt mache... Also ich darf Militär nicht vollgehen lassen. Ich weiß eben nicht, ob das immer noch so ist, weil man verliert auf jeden Fall, wenn es unten ist. Aber ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass man auch verliert, wenn es ganz oben ist. So. Das heißt, ich muss jetzt wissen, was... was macht. Weil ich sehe nur die Auswirkungen, aber nicht, was... was macht. Werdet vernünftig. Wobei Militär... So in dem Bereich, wo wir sind, das hängt auch mit Religion zusammen eigentlich, ne? Ich sag mal, werdet vernünftig. Bitte lasst das Militär nicht hochgehen, sondern runter. Ja. Wo dir? Hier? Hier. Es ist oben. Ich bin so gut wie erledigt, glaube ich. Seht ihr? Frömmigkeit erfreut das wachsame Auge der Kirche. Aber manche meinen zu viel davon. Schwäche das Königreich. Ich verstehe. Dank eurer Stärke muss man unser Königreich fürchten. Ich werde euch um jeden Preis von unseren Feinden beschützen. Ja, ich hab die Auswahl zwischen was und was. Ich bin erledigt, das war's. Ihr verbringt einige Jahre allein in einem Turmzimmer eingesperrt. Als ihr sterbt, habt ihr verlernt zu sprechen. Weil das Militär hochgegangen ist. Zu hoch. Okay, es ist immer noch so, dass man automatisch verliert, wenn irgendwer hat ein Maximum erreicht. Wirklich, das ist mein Ende. Ich ende wie in einem schlechten Märchen in einem Turmzimmer, nur dass diesmal mich keiner rettet, sondern ich einfach draufgehe. Okay, muss ich mitleben. Puff, da ist die erste Königin raus. Die Königin ist tot. Helena, die Jungfrau. Mensch. So lange hat sie nicht überlebt. Ich war nur sieben Jahre an der Macht. Okay, was kommt als nächstes? Puff. Alexandra. Ah ja, was ist das nächste Ziel? Rekrutiert die Akkulitin, vollzieht das Königungsritual, untersucht den verschlossenen Turm. Gibt's wieder Dungeons? Es gibt anscheinend wieder Dungeons. Über das groteske Ende von Helena, der Jungfrau, wird ewig geflüstert. Königin Alexandra soll die Verbindung mit dem Westen stärken. In ihrer neuen Heimat ist man ihr gegenüber vielleicht skeptisch. Das klingt wie in so ein Intro für Game of Thrones. Okay. Die Leute vom Land sind einfache, aber gläubische Heiden. Sie halten rote Dinge für ein schlechtes Omen. Okay. Was soll ich da sagen, außer Kay? Religionsrunde lang, klasse. Im Osten haben sie mehr Feiertage, aber sie arbeiten pro Tag länger. Würde das bei uns auch funktionieren? Hmm. Ich mein, was ist besser? Länger arbeiten oder einfach mehr Feiertage haben? Ähm, Meister der Rooster, ich habe noch im ersten Teil schon vor. Kannst du mir nicht erzählen? An den Namen kann ich mich erinnern. Ähm. Wenn ich Nein sage, wie wirkt sich das noch aus Militär aus? Ich sehe, es hat eine starke Auswirkung, aber ich weiß nicht welche. Das ist nicht einzuschätzen. Das muss man quasi auswendig lernen. Ähm. Nein. So viele Feiertage haben wir nicht. Und ich will schon, dass die Leute hier ein bisschen weniger arbeiten müssen. Weil dann kann man sich abends noch dem widmen, was auch immer man im Jahr 1009 tut. Äh, nein. Militär ist sogar hochgegangen. Süße mal. Der Tag eurer Krönung rückt näher, meine Königin. Darf ich euch ins Krönungsritual unterweisen? Ja, bitte. Ihr tretet einen Schritt vor, zwei Schritte zurück, klatscht leise in die Hände und versprüht euer Parfüm. Verstanden? Das klingt wie ein Beschwörungsritual. Äh. Ja? Königliches Parfüm. Der charmante Duft des Herrscherhauses kann die Herzen mancher Leute erobern. Es gibt wieder Buffs. Nice. Okay. Ju, Zeit, unsere neue Königin offiziell zu krönen. Natürlich wird sie das Krönungsritual vollziehen. Ja. Keine Sorge, das ist bloß eine Formalität. Nur zu. Hoheit, macht euren ersten Schritt. Einen Schritt vor. Zwei Schritte zurück. Los, da. Und. Oh. War es laut oder leise? Klatschen. Da habe ich es nicht mehr richtig gelesen. Weil ich dachte, das ist nicht mehr relevant. Ich dachte, also ich wusste, ich hatte so den Gedanken, dass ich mir das vielleicht merken muss, weil es noch wichtig wird. Aber ich habe mir nicht gemerkt, ob ich klatschen muss, laut oder leise. Es ist eine Fifty-Fifty-Shot. Ich glaube, aber es war leise. Wenn ich das jetzt falsch sage, es werden sich so viele Leute vor dem Bildschirm aufhängen und es tut mir leid, dass ich mir das nicht gemerkt habe, weil ich wusste nicht, dass das auch relevant ist. Ich dachte nur, die Schritte wären relevant, wenn überhaupt was davon relevant ist. Wenn ich jetzt das falsch drücke, es tut mir furchtbar leid und ich werde daraus diverse Lektionen ziehen, die insbesondere daraus bestehen, besser aufzupassen bei dem, was mir gesagt wird. Ich habe es gemacht. Zum Schluss versprüht ihr das Parfüm eures königlichen Duftes. Auf ihn? Oh, meine Königin, wie perfekt ihr ausseht. Wie gut ihr das gemacht habt. Meine Augen brennen so entzückt bin ich. Okay, war das richtig? Ich bin gekrönt worden. Es war richtig. Hätte ich gesagt, wie? Hätte ich wahrscheinlich verloren. Tragt bei eurem Spaziergang ein grünes Kleid, Majestät. Denkt daran, die Leute vom Land halten Rot für unrein. Mist, Militär ist schon wieder hochgegangen. Ich will nicht, dass das Militär hochgeht. Solche Eure Kleid mit Goldfäden säumen oder ganz schlicht Hoheit? Schlicht? Militär runter. Bitte Militär runter. Militär runter. Alles gut. Der Kardinal würde euch lieber schmucklos sehen. Aber mit Glanz gewinnt man die hellen Herzen der Leute immer. Okay. Von mir aus. Diese Stimme wie aus einem Anime. Herren, wollt ihr bei eurem heutigen Spaziergang das rote oder das grüne Kleid tragen? Oh, jetzt wird es interessant. Oh, jetzt wird es interessant. Rot ist schlecht für die Leute. Aber wenn ich grün mache, dann setze ich mich ja über das hinweg, was wahrscheinlich das Militär stark erhöhen wird, weil ich demonstriere ja Macht und Stärke. Also, liebe Zofe Alice mit der nervigen Stimme, wähle ich rot. Bitte sag mir, dass beides jetzt runter geht und ich wieder halbwegs im Gleichgewicht bin. Yes. Das erste Mal in dem Spiel, dass ich mich freue, dass ich irgendwas verliere. Ups, ich vergaß. Grün ist die Königsfarbe dieses Reiches. Sie spornt zur Tapferkeit an. Manchmal kann man nicht gewinnen. Okay. Achso, ja, was ich gemacht hätte, das wäre quasi falsch gewesen für eine Seite. Das sollte ich daraus wahrscheinlich rauslesen. Aus Gründen moralischer Hygiene ist eine Sperrstunde nötig, überzeugt dein König und der Krone winken heilige Schätze. Kardinal Courtney. Ich kann leider nicht so viel, so viel Glauben gebrauchen, Courtney. Tut mir leid, das Militär ist wieder hochgegangen, aber Glaube runter, das ist gut. Ich habe doch nichts dagegen, was ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich das Siegel des Königs nochmal ausbauge, oder? Nur für ein paar Dinge. Ich brauche das Militär unten. Es ist hochgegangen. Hast du es? Gräfin Lauretzi hat sich in letzter Zeit seltsam benommen. Einfach retten. Jemand hat euch einen Strauß roter Mohnblumen geschickt, aber ich weiß nicht, wer möchtet ihr sie? Ich will, ich lese kaum noch die Antwortmöglichkeiten, sondern ich gucke einfach da oben, wie sich das ändert. Oder halt, was die Auswirkungen sind, wie stark die Auswirkungen sind, weil ich will nicht, dass ich schon wieder das Militärende kriege. Da habe ich keine Lust drauf. Wenn ich sage, ja, geht es dann runter, weil ich Schwäche zeige für rote Mohnblumen? Ich weiß nicht, wie das Spiel denkt. Ich kann das Spiel nicht lesen. Ähm, es ist hochgegangen. Ich habe verloren. Glückwünsche von der Herrin des Waldes. Ich habe verloren. Ich habe so gut wie verloren. Herrin, darf ich, da ihr, da ich, ich kann nicht lesen. Bislang eine gute Diener war, dürfte ich um einen Gefallen bitten. Ähm, ich will nur, dass das Militär runtergeht. Natürlich. Es ist runtergegangen. Perfekt. Bitte, darf ich heimlich das Siegel des Königs ausborgen für eine Begnadigung meines armen Bruders im Kirchengefängnis? Ja. Weil dann geht das Militär runter. Perfekt. Etwas von eurem Geld verschwindet und landet in den Kassen der Kirche, war das Gräf in Lorenz. Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß, das östliche Königreich ist zu Gast, aber meine Mutter ist sehr krank. Könnt ihr euer Haar selbst flechten? Klar. Okay, jetzt geht das hier zu weit hoch. Ich muss das wieder senken. Ihr tut euer Bestes, trotzdem sieht es unordentlich aus. Glück mögen die Ostländer, ist ja locker. Glück gehabt. Gütigste Hoheit, ich, eure arme alte Freundin. So alt kannst du auch nicht sein. Bitte euch, weil sie sieht immer gleich aus. Bitte erneuten das Siegel des Königs zum Wohle des Reiches. Irgendwas hier ist nicht so richtig, ne? Wache! Irgendwas, ich meine, irgendwas hier ist nicht richtig. Es interessiert mich jetzt aber doch. Ist mir egal, wenn ich verliere. Es interessiert mich, was sie will. Was, warum? Ich bin doch eure liebste Dienerin, oder nicht? Ich war euch eine solche Hilfe. Rechtfertigt euch. Perfekt, das ist wieder unter. Ich gestehe. Ich habe dem Kardinal das Siegel gebracht auf seine Anweisungen. Viele stehen auf seiner Seite. Fort mit euch oder knüpft sie auf? Ähm, nee. Nee, ich, ich habe heute einen guten Tag. Äh, Land läuft gut. Mehr oder weniger. Ich regiere seit zwölf Jahren. Es ist ein ausgenommen guter Tag hier im Thronsaal. Äh, nee. Heute, ich habe keinen, ich würde es machen, aber ich habe keinen Baum mehr frei. Und den, den ich noch frei habe, da wachsen Äpfel dran. Und die will ich noch essen. Lange Geschichte. Nein. Verschwinde. Perfekt. Greifen Lorenz, der wird verbannt. Aber die Chilie streitet die das Fehlverhalten ab. Schön. Die Kluge entlarvt einen Verräter. Das sollte ich noch gar nicht gemacht haben. Es steht ja nicht hier unten, aber ich habe es gemacht. Glaubt ihr an die Herren des Waldes? Ich lege für sie immer manchmal Blütenblätter auf mein Fensterbrett. Ähm. Ich frage mal an wen, weil ich will nicht, dass ich, wenn ich das mache, das ist ja quasi Ketzerei, dann geht die Kirche ganz runter, dann bin ich erledigt. Und ich, es könnte sein, dass die Herren des Waldes diese Akolytin ist. Das wäre vielleicht möglich, ich weiß nicht, an wen. Sie ist eine uralte Königin. Diese Stimme geht mir so auf die Nerven. Die in einem geweihten Wald lebt, umgeben von Akolytinnen. Siehst du? Sie wartet auf ihre Rückkehr. Cool. Sehr cool. Der Geruch von Erde liegt in der Luft. Oh, ich sehne mich nach Jagd, nach Fleisch. Das ist doch in Ordnung, oder? Ähm. Ähm. Ich will nicht, dass der Glaube ganz runter geht. Was ist mit mir? Wenn ich das jetzt... Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt. Ich hasse das. Ähm. Hm. Soll ich das hier machen, damit der Glaube vielleicht wieder hoch geht? War gar nicht so schlecht. Wen mehr die Ketten der Hochzeit wiegen schwer, nur der Pathet ist. Der König und die Königin der Insel jenseits des Kanals haben zauberische Ansichten. Meidet sie. Nö. Das ist eine gute Antwort. Mein Name ist Alexandra die Kluge. Und meine Antwort auf diese Anfrage von Schwester Pauline ist einfach... Nö. Bring mich doch dazu. Versuch's doch. Ähm. Äh. Mach ich, weil das hier wieder erhöht, richtig? Genau. Verzeiht aber eure Brust... Okay, das kam unerwartet. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Weil wegen lustiges gelbes Monetarisierungse-Icon. Verzeiht aber eure sekundären weiblichen Merkmale. Kullern wie Melonen in eurem Kleid umher. Ich bitte euch, verdeckt sie. Ähm. Ja, aber ich muss mich doch beim Volk beliebt machen. Äh, ja. Siehste, jetzt werde ich beim Volk unbeliebter, weil ich das mache. Es ist perfekt. Es ist... Ich kann das Spiel manchmal lesen wie ein Buch. Manchmal nicht, deswegen gehe ich auch öfter drauf. Darf ich Nerze züchten? Wir könnten allen Edelfrauen Pelzbesatz verkaufen. Dieser Hof wäre der letzte Schrei. Waldomar der Flinke. Sieht aus wie ein Discount Robin Hood. Ähm. Hm. Ja. Okay, wir haben alles wieder halbwegs ein leichtes. Ist gar nicht mal schlecht. Die Königin wird heute 30. Das ist älter als meine Tochter. Und die ist noch zu haben. Ups, verzeiht mir alles gut. Was? Herzogin Hildegard. Ah ja, danke, schätze. Ich glaube, geht wieder hoch. Nicht gut. Ich hasse lange Arbeitstage. Meine Königin, bitte verkürzt die Arbeitszeit und gib dafür weniger Tage frei. Das ist genau das, was wir vorhin schon hatten. Ähm. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt muss ich das hier runter machen. Das ist ein ewiges Spiel von Balance. Ich habe einen Ehemann für die Enkeling meiner Tante ausgewählt. Sollen Sie königlich heiraten oder nach Art der Kirche? Königlich, weil ich kann hier gerade, Dings, ich kann das nicht oben gebrauchen. Jetzt ist das hier aber fast oben. Eine königliche Hochzeit. Wir müssen viel planen. Ich muss die vier besten Kutschpferde des Landes finden. Mach das. Genau, jetzt geht das nämlich wieder runter. Es ist perfekt. Das geht gerade ewig. Ich lebe seit 20 Jahren im zweiten Versuch. Äh. Die Weine von Herzogin Hildegard sind von geringer Qualität. Aber lasst euch lieber mit dem Honigbier meiner Familie feiern. Ähm. Wir versuchen es. Die Matrone regiert mindestens 20 Jahre. Siehste mal. Ähm. Wie hat sich das ausgewirkt? Ja, nicht mal so schlecht. Meine Verwandte beklagt unser fehlendes Hochzeitsgeschenk. Werden die Hochzeit ausgerichtet, darf sie mehr erwarten. Ja. Denn sonst geht Geld hoch. Siehste? Steff. Was? Stefanio de Coquille sagt, dass Goldgeschenkte trotzdem üblich sind. Unglaublich. Er wollte mein Wein nicht mehr kaufen. Aber was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich eure Gunst zurückgewinnen? Try harder. Bezahlt höhere Steuern. Singt ein Lied. Wo ist das denn? Okay. Als Nonne bin ich stolz, ein bescheinendes Leben zu führen. Aber gegen etwas Geld teile ich ein Geheimnis der Kirche. Was denn? Auf seiner letzten Stelle säte der Kandidat, ich kann heute nicht lesen, der Kardinal so viel Zwietracht im Königshaus, dass das reicht sehr viel. Sonst noch was? Insgesamt hat die Kirche sehr viel Angst vor der Herrin des Waldes. Sie verleitet Leute dazu, die Allmutter zu verehren. Okay, das sind genug Geheimnisse für einmal. Perfekt. Herzogin Hildegard singt jeden Tag bei Hofe. Sie hat eine furchtbare Stimme. Warum in aller Welt tut sie das? Meine Befehle? Glaube geht hoch. Wollte ich nicht. Herrin, euer Mann hat sich wieder im Dienstmärchenzimmer herumgetrieben. Mir gefallen seine Blicke nicht. Ja, das ist in der Tat so uncool. Ignoriert ihn. Ich muss Glaube runterbringen. Das hier würde es vielleicht hochbringen? Das hier runter? Richtig gewettet. Ich habe ein Lied über unsere reizenden Könige geschrieben. Ich lebe gerade so lange. Über unsere reizenden Könige geschrieben. Ich möchte es Tag und Nacht am Hof spielen gegen Entgelt. Von mir aus. Dieses Lied des Kerls über euch erklingt ständig. Ich ertrage es nicht. Bitte lasst mich ihn einfach hinrichten. Ähm. Das ist übertrieben. Komm. Ein bisschen zu viel. Ein unbedeutender Herzog hat sich unhöflich über das Weingut meiner Familie geäußert. Tadelte ihn mit meinem Namen. In meinem Namen. Ja. Jetzt ist das Militär wieder runtergegangen. Warum? Ich habe mir noch getadelt. Ich verstehe es nicht. Irgendein göttliches Wesen hat uns dieses Frühjahr mit Fülle gesegnet. Wir können jeder Familie ein Lamm geben. Ich will sie alle behalten. Oder tun wir das? Nein. Denn ich will sie alle behalten. Und dann geht Geld wieder hoch. Red gar nicht mehr mit mir. Okay. Ich weiß perfekt, wie man dieses Land führt. Der Schatzmeister ist mit Neuigkeiten hier. Aber ich habe gerade meine Mahlstunde. Sagt ihm, er soll gehen. König Derksen. Ich rede mit ihm. Jetzt geht das beides wieder hoch. Ich habe einen Weg gedeckt, unsere Finanzreserven durch Ausgabe von Anleihen zu erhöhen. Könnt ihr das bewilligen? Tu es. Das ist knapp. Darf ich in Finanzfragen weiterhin eure Meinung einholen? Der König ist nicht immer so aufmerksam. Gern. Okay. Meine Kirche hat jeden Staat in diesem Reich übernommen. Bald sind der König und die Königin nur noch Marionetten. Ich bin erledigt. Oder? Knapp. Sehr knapp. Äh. Thomas, die Katze. Wir hatten gerade eben Verschwörungstheorien. Man will mein Land von mir wegnehmen. Ähm. Und jetzt kommt eine Katze und sagt Miau, 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 Miau. Richtige Wette. Der Wein der Kirche ist zu teuer. Kaufen wir einfach bei örtlichen Weingütern. Das ist besser für alle. Nein, weil ich brauche die Kirche um. Ähm. Siehst du? Es ist mehr 32 Jahre. Wie lange geht das noch? Ich meine ja nur, es wäre doch gerechter, allen Adelsfamilien zu eurem... Oder alle Adelsfamilien zu eurem Balkett einzulagen. Nicht nur die Reichen. Äh. Ich weiß nicht. Oh, das ist fast ganz oben. Wenn das ganz oben ist, dann werde ich gestürzt. Das habe ich noch in Erinnerung. Erst sagt seine Majestät, wir sollen investieren. Dann sagt er, wir sollen verkaufen. Was denn nun? Verkaufen? Oh. Oh. Ich dachte, es geht hoch, weil ich was verkaufe, was normalerweise dazu führt, dass ich Geld kriege. Aber okay. Meine Königin, aber ich bin ein Erinnerfreund des Königs. Warum muss ich beim Bankett neben Baronin von Porotyn sitzen? Wie könnt ihr es wagen? Wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen und mich anzuzweifeln? Verzeiht, aber mein für das Bankett gestifteter Wein war nicht. Fürs Verwalt immer gedacht, können wir ihn ausschließen? Es ist hochgegangen statt runter. Es ist hochgegangen statt runter. Okay, cool. Das Niedland ist überschwemmt und der Weizen verfault. Ein Fluch sucht uns heim. Wir müssen einen Damm bauen. Zu teuer. Perfekt. Ich habe immer gedacht, ich suche mal eine neue, wenn ihr alt werdet. Aber allmählich finde ich eure Falten würdevoll. Danke. Danke. Schatz dich. Danke. Die Kirche könnte der Tugend der neuen Königin ein Denkmal errichten, falls sie denn wirklich tugendhaft ist. Lasst es, weil ich habe nicht so viel Geld. Sorry. Und die Kirche ist fast gesund. Leute, verehren euch, meine Königin. Ist euch je in den Sinn gekommen, dass so viel Liebe gefährlich sein könnte? Was habt ihr mir gebracht? Hä, wie ist das eine richtige Antwort auf die Frage? Bitte lasst das Volk nicht ganz hochgehen, wenn ich das drücke. Es geht runter. Perfekt. Welches Emblem wählt ihr für eure Stickereien, Herrin? Das Schwert des Königtums oder die Blume der Barmherzigkeit? Die Blume, weil dann geht das wieder hoch. Die Erfahrene regiert 40 Jahre. Es hört nicht auf. Wir haben ein Leben langweiser regiert. Ihr seid in diesem Reich fast so beliebt wie ich. War es ein gutes Leben? Sterbe ich jetzt? Gehe ich jetzt echt drauf? Sag das Spiel, du hast genug gespielt für einmal. Du, ich kill dich jetzt. Ist das so? Ja, schon möglich. Eure Liegen der Herrscher findet ein natürliches Ende. Ihr werdet als große Königin und gute Ehefrau geehrt. Das ist quasi das beste Ende, was man kriegen kann, wenn es einfach zu lange anhält. Wow. Die Königin ist tot. Highscore, 41 Jahre an der Macht. Alexandra, die Erfahrene, hat es nicht mehr lange gemacht an der Macht. Okay. Das ist ja geil. Okay, Viktoria, die dritte Königin. Was kommt jetzt neu? Rekrutiert die Händlerin. Okay, das mit den Zielen ist wieder so. Ich weiß nicht richtig, wie ich das herleiten kann. Weil es ist halt auch echt nicht so easy, das gezielt herzuleiten. Weil ich weiß in den meisten Fällen nicht mal, was das ist. Ich weiß jetzt, was die Akkolytin ist, aber ich weiß nicht, wie ich die herkriegen soll. Also ist das immer noch wie im ersten Teil, dass man mehr oder weniger das nur durch Zufall erfüllt. Weil man halt gerade irgendwie irgendwas macht, ohne groß drüber nachzudenken. Aber ja, ich finde das Spiel immer noch super. Das ist einfach, ein Großteil der Sachen sind einfach so unglaublich random. Wie zum Beispiel die Katze, ich bin mir sicher, hätte ich sie gestreichelt, wird wieder was passieren. Weil im ersten Teil hat sie, glaube ich, oder war es ein Hund? Ich glaube, ein Hund hat sich irgendwie in einen Dungeon geführt oder sowas. Das Spiel ist, ich weiß nicht, das Spiel ist süß. Es ist wie Tinder, nur halt mit einem Königreich. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr ein paar Minuten, bleibt noch Smallzone. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Nein, ich bin nicht, ich bin nicht immer noch krank. Nee, nee, mir geht's großartig, frag nicht.